In diesem Video geht es um das Thema der deutsche Sozialstaat. Ich erkläre dir, was ein Sozialstaat ist und welche Vorteile sich daraus für die Bürgerinnen ergeben. Der Begriff Sozialstaat bedeutet, dass die Regierung allen Bürgerinnen und Bürgern ein würdevolles Leben ermöglicht. Zu diesem Zweck hat Deutschland viele soziale Sicherungssysteme, die Menschen in verschiedenen Notsituationen auffangen. Wer zum Beispiel von Arbeitslosigkeit oder Krankheit betroffen ist und selbst kein Geld verdient, kann finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten. In Deutschland gibt es eine Krankenversicherungspflicht für jeden. Es gibt zwei Arten von Krankenversicherungen, die gesetzliche und die private Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung ist für Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis arbeiten und deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt. Die private Krankenversicherung ist für Selbstständige, Beamte und Menschen, die ein höheres Einkommen haben und sich privat versichern möchten. Die Rentenversicherung ist dafür da, um Menschen im Alter ein Einkommen zu sichern. Wenn man in Deutschland arbeitet, wird ein Teil des Lohns automatisch in die Rentenversicherung eingezahlt. Wenn man dann im Rentenalter ist, bekommt man eine Rente ausgezahlt. Die Arbeitslosenversicherung ist dafür da, um Menschen zu unterstützen, die ihren Job verlieren. Arbeitnehmer zahlen automatisch einen Teil des Lohns in die Arbeitslosenversicherung ein. Im Fall von Arbeitslosigkeit kann man dafür Arbeitslosengeld beantragen. Die Pflegeversicherung ist dafür da, um Menschen zu unterstützen, die aufgrund von Krankheit oder Alter pflegebedürftig sind. Wer arbeitet, zahlt auch einen Teil des Lohns in die Pflegeversicherung ein. Wird man eines Tages tatsächlich pflegebedürftig, kann man Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten. Transferleistungen sind finanzielle Hilfen des Staates. Wer Transferleistungen erhält, muss seine Hilfebedürftigkeit nachweisen, dafür keine direkte Gegenleistung oder Rückzahlung erbringen. Beispiele für staatliche Transferleistungen sind das Bürgergeld und die Grundsicherung. Diese Gelder sollen den Lebensunterhalt von bedürftigen Menschen sichern, also für Nahrung, Hygiene und Miete verwendet werden. Zudem gibt es Ausbildungshilfen für Schüler oder Studierende wie das BAföG. Weitere Beispiele sind Hilfeleistungen für Familien wie das Elterngeld und das Kindergeld oder das Wohngeld bei zu hohen Mietkosten. Verstelung des Arbeits